Gratuliere Michi zum Sieg heute im Alpencup. Wie ist es dir gegangen? Wir sind von Anfang an brutal fortgegangen. Das tun wir heute einfach unglaublich leicht. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil wir selber auf die Woche einen Druck nehmen. Dann mache ich gerne auf das, wie es mir geht. Und ich fange jetzt aber echt langsam an. Da kann ich am Schluss eigentlich nicht gelaufen. Perfekt. Was sind deine nächsten Ziele? Ja, mal schaue ich nicht mehr auf das, was kommt. Ich habe gesagt, wir machen heute echt keinen Druck. Jetzt läuft ganz gut und mal schauen, was da herkommt. Perfekt. Vielen Dank und gratuliere noch einmal. Bitte.